Hallo, ich bin Jörg. Heute reden wir mal über Stülpschachteln. Stülpschachteln hat von euch jeder schon meine Hand gehabt. Sie sind einfach der Klassiker unter den Verpackungen. Wir bieten euch drei verschiedene Arten an. Angefangen mit der recht einfach ermutenden Schachtel mit einem gekrempelten Unterteil. Das heißt, hier wird der Karton einfach einmal nach oben, einmal wieder nach unten gebogen. Der Deckel ist ähnlich aufgebaut, kann in der Höhe etwas variieren. Zusammengesteckt und schon habt ihr eine super tolle Verpackung. Das Ganze kann man noch etwas stabiler machen. Ich zeige euch jetzt mal hier an der vollen Schachtel von Frankfurt das Ganze mit unserem sogenannten Hohlwandrahmen. Der Deckel ist der gleiche wie bei der vorherigen Schachtel, aber wir haben hier durch den etwas breiteren Hohlwandrahmen eine deutliche Stabilität. Hier kann genauso gut ein Inlay mit eingebaut werden. Die Schachteln können veredelt werden, bedruckt wie ihr wollt. On top können wir das Ganze nur noch steigern mit unseren sogenannten überzogenen Schachteln. Diese findet ihr mittlerweile in unserem Online-Shop in verschiedenen Standardgrößen, wobei wir natürlich bemüht sind, die Größen jedes Mal zu erweitern. Der Vorteil bei einer überzogenen Schachtel ist. Hier wird ein dünnes Material über einen sehr stabilen und sehr kräftigen Graukarton gezogen. Damit gibt es eine noch etwas stabilere Schachtel wie bei unserer Hohlwandschachtel und somit ist das Ganze eben unter der Publikum überzogen. Vielleicht hat jeder von euch oder vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal eine iPhone-Verpackung in der Hand gehabt. Genau das ist es. Auch die Verpackungen können toll bedruckt werden, können toll veredelt werden, werden teilweise per Hand aufgebaut, zusammengebaut und an euch rausgeschickt. Generell gilt, alles ist möglich. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu.